Hey oder was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Story Mythos Und damit herzlich willkommen, genau Das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben, nachdem wir Soren entdeckt hatten und in sein wunderschönes Wollreich gekommen sind Da kommen wir jetzt aber leider nicht mehr hin Stattdessen haben wir dort ein paar Hebel aktiviert, nicht mit Gabriel geredet und sind nun hier am Springbrunnen So, also hinten geht's weiter in den Sitzbereich Ich will hier ganz durchlaufen, ich will mir hier gar nichts angucken Wir sind nur hier, um Soren zu finden Was ist denn... Ja, ich will nur mal gucken, was da drin ist Die Musik ist... Oh, es lädt Oh, Katzin Die Musik ist ganz cool, muss ich schon sagen Und ich nenne das eine Symphonie in E Eine neue Komposition, um zu feiern, meine neue Erinnerung zu erinnern Das ist er! Zorin Zorin Jemand hat die Aufzeichnung gestartet Ja gut, also Jessie, du machst jetzt gerade den Smart 500er EQ-Move Aber, ähm, trotzdem ein bisschen unsicher bin ich mir dann doch, was das angeht Ähm, 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 oh Ähm, ähm, Jessie? Ich zum Beispiel nicht. Was? Wie gut. Ähm. Das kann natürlich sein, dass Sauron Enderman ausbildet, damit sie bauen können. Nein, wir wollen keine Aufzeichnung. Fenster? Auf keinen Fall. Eine Leiter, was ist hier auf dem Boden? Nicht. Eine Chest. Da gucken wir doch mal rein. Vielleicht gibt es ja was Spannendes. Was hast du getroffen? Das ist definitiv eine Art kraftvolle Recipe. Aber warum würde jemand so brillant als Sauron eine Recipe für eine Form, die so einfach sind? Weil sie sind nicht für Sauron. Sie sind für die Endermen. Das muss man tun, was du in der Welt tun hast. Die müssen das nachbauen. Was? Brauchst du sechs Tonblöcke. Yo. Ja. Und dann müssen wir das denen der Enderman geben und die bauen das dann. Und dann... Ich habe keine Ahnung, was dann passiert, aber dann passiert was. Ja, dann nimm das auch mit. Finde ich sehr gut. Muss jetzt noch... Da ist noch eins. Ich habe euch gesehen, Tonblock. Oh, hallo, heiliger Ruben. Das sind drei, die ich so weit getroffen habe. Ähm, drei. Ich brauche sechs. Ähm. Hast du rein zufällig 10.000 Tonblöcke gesehen? Na? Und ich muss sagen, der Controller-Stick ist verbuggt. Nee, doch nicht. Gerade eben ist er einfach genau, genau in die entgegengesetzte Richtung gelaufen. Was auch immer das ist, ich will den haben. Ansehen? Ja. Was ist das? Das ist eine Rüstung. Es gibt eine Enderman-Rüstung? Weil sie ist so groß. Ja, ja, Sorin muss sich das ja anziehen, damit er sich über die mischen kann. Ja, das macht doch Sinn, nicht? Ich bin gerade total überfordert, weil ich habe keine Ahnung. Der versucht sich unter die Enderman zu mischen, indem er eine in Minecraft nicht existente Enderman-Rüstung anzieht, um sie dazu zu bringen, Sachen aufzubauen. Sind sie dann nicht noch gefährlich, wenn sie so einen TMT-Rocket-Launcher bauen oder so und dann einfach die ganze Welt übernehmen? Also, jetzt mal ganz ehrlich, finde ich nicht so toll. Also, das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ich finde das jetzt nicht so gut. Aus dem Fenster gucken will ich auch nicht, weil ich gucke und da steht da so ein Enderman. Erstens, ich will nicht gejumpscared werden und dann zweitens, der Enderman wird sich hier reinpotteln und uns töten. Da oben muss es noch einen Block geben oder so. Durch das Fenster gucke ich, das oben. Enderman können nicht durch Glas. Ich teste das irgendwann mal und sage euch dann meine Ergebnisse. Ob Enderman durch Glas watchen können. Ich habe vier Blöcke, mir fehlen ein paar. Hier oben ist eine Kiste, da kommst du nicht hin. Hätte ja sein können, wer weiß. Manche da draußen liegen noch Blöcke. Was? Weiß ich nicht. An demn hier ist es so leise, keine Musik, nichts. Ganz hinten noch hier ist der Ruben. Oh. Ich glaube nicht, dass er will, dass wir gehen. Ich glaube nicht, dass es das ist, was er dir sagen wollte. Anschein. Ich werde Ender-Guy. Was? Ich habe nicht aufgepasst. Wie wäre es, wenn ich einfach nach links drücke, um mir die Handschuhe anzuziehen? Ich weiß auch nicht, wieso mir das nicht in den Sinn gekommen ist. Bam. Es ist eigentlich Zeit für einen richtig epischen Enderman-Jumpscare. Aber ich glaube, den mache ich irgendwann mitten in der Folge. Let's go. Oh, uns fehlt noch ein Block. Wir haben erst drei. Ja. Indem ich mich nicht wie ein Enderman fahre. Hatte ich nicht vor, aber trotzdem danke. Ähm, da liegt noch der Block. Okay, wir müssen nur auf Soren's attention und nicht mehr attraktieren. Ähm, wir müssen nur auf Soren's attention save alle erschreckt ich nicht ich sehe das ja erst im nachschnitt von dem her ich kenne diesen block da haben und dann gehen wir raus und bauen das ding da für sauren auf und dann sind alle zufrieden sauren wird mit uns kommen und baut uns die vermeide der hat noch einen blog ist der hat verstanden er hat den blog schon in der hand du musst ihn nur noch richtig setzen andy andy komm du schaffst es ist nicht enderman like perfekt ganz knapp bin ein real enderman was muss ich hier machen das ist das ist das ist der crafting table von oben also wenn man das so sehen will und da kann ich das zeug drauf von mir fehlt place block hier noch ein block aber mir fehlt noch einer das ist das ist das ich habe ich glaube ich muss noch einen anderen block finden wo Mikrofon ist ein bisschen zu nah, der Enderman ist creepy, der macht den Enderdance, Mann Mikrofon Es tut mir leid, ich sehe keine Blöden Wo ist der letzte Block? Vielleicht hat Olivia ihn gefunden, ne ich frag sie mal, kann es sein, dass du einen Block gefunden hast, vielleicht? Ja, so ziemlich, ich weiß Im Apfelgemälde Ich gucke jetzt einfach mal raus aus dem Fenster, komm, wir haben den Enderman Suit und es kann nichts passieren, wir gucken einfach mal raus und ich sehe Ein Enderman Ich höre mir jetzt mal diese Aufzeichnungen an, oder beziehungsweise wir hören uns jetzt diese Aufzeichnungen an Ich höre Soren, talk to me Totembau eines friedlichen Endermen Nö, ich glaube eher nicht Müssen wir die vielleicht alle einmal durchmachen? Wo ist Teil 1, oder beziehungsweise schon besser, wo ist Teil 28 Wenn es 27 gibt, will ich auch einen Teil 28 haben Im Übrigen, das Game läuft wirklich nur in 30 FPS Weil ich wollte mich ja das letzte Mal darum kümmern, aber irgendwie ging das nicht Und ja Sorry, bitte beruhige dich wieder Es ist alles gut Warum Kürbis? Ich weiß noch nicht Ach komm Ernsthaft, hier ist nix Das ist doch nicht euer Ernst Mojang, also jetzt mal ganz ehrlich Pflanzen, ja Ich glaube auch nicht, dass Pflanzen im End wirklich wachsen Ich glaube auch nicht, dass im Ende Im trostlosesten Wüstenort der Welt Dass der dafür ausgelegt ist Dass da etwas wächst Aber man hätte es ja ausprobieren können Und Soren hat es ausprobiert Und wie es aussieht, scheint es nicht zu funktionieren Obviously Ich bin ein Enderman Das ist das Voice eines Endermans Ich Ich bin ein Enderman Ich bin ein Enderman Ja Warum hast du mich geschlagen? Das ist wahr, das ist wahr Ähm, also Wir brauchen Hilf uns die Welt zu retten Wir sagen nichts von der Vermeidobomb Ähm, ich hätte jetzt erstmal Ja Er sagt nix Nein, Sauran Jetzt komm Bitte Wer denn? Sie wollen dich töten Du bist ein Stranger Und was du fragst, ist zu gefährlich Also ich hab ein Schwein Was für ein Portable Meal? Das ist Room Das ist mein Hauspig Was? Ja Eigentlich hat es deine Freunde Oh, gleich zu langsam Sie vermissen dich Nein Freund Eindeutig Doppelt Bitte tu mir nix Mr. Enderman Das ist der real Endy Sauran ist ab jetzt unser Endy Was? Was? Gary may seem scary But he's a swell guy Sally dilly dallys Give her credit she tries They might look the same To the untrained eye But that's a lie So I say Danke, Lucas Wait, is that Are you Soren Whoa Gebra You look Terrible Terribly handsome Hello, old friend We've been looking for you Wer hat die Tür aufgelassen? Wer hat die Tür aufgelassen? Nicht hingucken Wer hat hingeguckt? Ich hab nichts gemacht Das war alles der da Der hinterm green screen Ich hab nichts getan Was kann ich denn dafür? Ich hab ihn nicht angeguckt Ernsthaft, da sind noch mehr Ich hab nicht so viele Hausgäste Ich hab nicht genug Seashell-Soapen für alle Äh Äh Ender-Mens-Hast und Wasser Ich weiß nicht, ob die Seife brauchen Auch zu Du Ich Dann würden die Endermen Weggehen, weil sie nicht Wasser mögen Und sich wegkriegen Das hab ich in meinem Kopf schon durchdacht Bevor er es überhaupt gesprochen hat Ja Weil das war eine der Antworten Die wir vorauswählen konnten Zwischen Ja, und so Und durch und so Könnten wir auch was mit dem Wasser auswählen Warum hat das Ding lila Augen Und wenn wir es anziehen Nicht mehr Das ist auch ein bisschen seltsam Der hat echt coole Haare Muss ich schon sagen Leise Leute Leise Das ist so meine Aufgabe Aber Ob wir das Auch schaffen Sehen wir Beim nächsten Mal Wenn euch die Folge gefallen hat Zeigt es doch gerne Mit einer Positiven Bewertung Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dann Leute Und Ciao Outro Outro Untertitelung des ZDF für funk, 2017